Spitzen tut's gleich. So, ich war hier in Richtung von mir, weil er weggeht. Ja, möglich, weil ich damit nichts passiert. Ja, woher ist der? Nein, nein, ich muss jetzt erst anhalten, oder wie war das zuerst? Jetzt haben wir noch das erste Foto. Da hinhalten, genau. Ja, super. Sehr gut. Wer Kinder kriegen kann, der kann eine Wassel anziehen. Das Problem ist, ich weiß ja noch nicht, ob ich das kann. So, und jetzt einfach draufhauen. Also jetzt draufhauen, so eins, zwei, drei, vier, fünf. Rückfeste. Und fest. Und noch mal. Immer auszuzüllen. Noch mal, noch mal, jetzt noch mal, noch mal, noch mal. Das war's schon. Und draufhauen. Super. 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 Sehr schön. Gut. Grüß Gott, das ist für dich. Sehr gut. Sehr gut. Aber der Pogen schaut aus. Ja, Franz, der ist mein Hans. Das hat mir Herr Möller schon besser geschaut. Ja, das ist gestern. Ja, wir machen mal. Ja, alle drei. Hier. Macht jetzt erstmal Ihre Foto. Jetzt rein. So, jetzt. Daher, daher, daher. Daher, daher. Daher, daher. Daher, daher. Daher, daher. Daher, daher. Daher. Ich verstehe immer da. Daher. 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 Wie immer Vorzeichen. Ja, genau. So ist gut. Sehr schön. Ja, 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 ja. Super. Super. Ja, ja. Ja, ja. Pachtenmodenschauen. Da sind also zwölf junge Damen da, die uns die neueste Mode für diesjährige Wiesen zeigt. Also letztens bin ich ja dann drauf gekommen. Aber trotzdem ist es dann was anderes noch dazu, weil ich hab zwar das dann schon in Irmögen dieses gesagt haben. Das ist aber scharf die Mauser. Die Viertelolive hat eine Länge von 68 Zentimeter. Ist ein wunderschöner Schakartstoff aus Österreich. Die Schürze ist auch in einem Schakart. Das Schürzenband ist immer beidseitig konnett bei mir, innen wie außen. Olivia haben wir 50 Mal schneidern lassen. Das ist ein wunderschöner Stoff im Sommer. Wenn die Sonne drauf scheint, geht's Richtung Schwarz oder Richtung Dunkelgrün. Das ist ja wie der Politiker. Traumhaftes Dirndl. Dann geht's weiter. Das Dirndl Michelle. Michelle ist mit einer Doppelschürze. Alle Schürzen, die so bestickt sind, sind alle handbestickt. Nix maschinelles. Ist auch wieder ein Schakartstoff aus Österreich. Schürze ist wieder doppelt vernäht, innen wie außen. Wie gesagt, das ist eine Doppelschürze. Nochmal schön unterlegt. Hat eine 65er Länge. Michelle gibt's 30 Mal. Ist wieder limitiert. Alle Dirndl. Fashion Design. Made in Bavaria. Also keine Dirndl aus Pakistan oder den ganzen Entwicklungsländern. Sadan ähnlich wie Solivia, dieses Mal in Rot. 65 Zentimeter lang. Wunderschönes Muster auf der Schürze. Die Schürze ist wieder handbestickt. Auf die Bluse wieder von Trachtenwahn. Also Camilla ist 65 Zentimeter lang. Hier konnten wir nochmal eine Auflage machen. In Größe 34 und 36, weil alles ausverkauft war. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten. Insgesamt hat Trachtenwahn sind 17 Modelle für 2016 im Repertoire. Alles kommt am besten. Das ist schön. Schwarz und Blüte ist meine Frau. Ja, wir liegen jetzt da hinten reinmachen. So, ich sehe jetzt ganz viele, die auch da ist schon in den Nachrichten. Das war's. Ja, wir liegen jetzt da hinten. Jetzt kommt ja schon in den Nachrichten. Und dann können wir noch, da ist schon imenceden. Und dann sind wir die, die auch in den Nachrichten. Jetzt kommen wir zu dem Nachrichten.